Ich bin Dominika Hansen, schon 52 Jahre alt, ich bin Economist für Formation und in 2000 Jahren die Fondation M hat gegründet. Ich bin seit sehr vielen Jahren direkt, seit 21 Jahren Präsidentin dieser Flotte Initiative. Fondation M bringt Musik bei Menschen, die von kulturellen Leben ausgeschlossen sind, mehr wenden als und Ehler, Krank, Behörden oder sozial ausgeschlossene Menschen mit Konzernen für professionelle Musiker oder mit Workshops, wo sie selber können. Musik am Konzert, am Generellen bringen Glücksgefühle, da bringen Frieden. Fahne ich zum Beispiel gucken, welchen Kanner oder Jugendliche an der Jugendpsychiatrie oder einer Kannerpsychiatrie, wo man auch viele Projekte bieten, ob die Workshope reagieren, welchen sie aus sich rausgehen, dasselbe es gilt bei Menschen an Palliativstationen, die sogar auf Musikstecker nach irgendwem reagieren, wenn man mit ihm verzeihen, dann mehr gedehnt wie jemand stark Musiker ist, aber das hat alles überbringt. Das ist immer schön. Sowohl wenn ich Seher bis auf einem Atelier lunch gehen oder wenn ich an einem Aufschlusskonzert von einem von unseren Projekten sitzen, habe ich ein Gefühl von Satisfaction, dass die Menschen die Leute zu sehen, die matt machen, die glücklich sind, froh sind dabei zu sein. Da kann ich nun mal so ein, immer so eine super Aventur und ich sehe niemals froh zu dem Team zu gehen.